Es gibt mehrere Gründe, warum wir uns engagiert haben. Das eine ist schon alleine die Verbundenheit zum Standort Sachsen. Wir sind als Spin-Off entstanden von der TU Chemnitz, damals 1998 noch als Prudential Systems und haben uns spezialisiert im Bereich Data Mining und Real-Time Analytics. Das heißt, wir sind ein junges Unternehmen, dynamisch und innovativ und suchen natürlich auch solche Mitarbeiter, die uns mit Ideen weiter unterstützen. Ein weiterer Grund ist natürlich auch, wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben. Wettbewerb beginnt für uns mit Ideen, die pfiffig sind, die pfiffig umgesetzt werden können und demzufolge auch pfiffige Mitarbeiter.